Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play, okay, der Pokémon Blatt Grün. Warum ich flüster? Naja, ich weiß es, um ehrlich zu sein, ich konnte daran liegen, dass die Musik ein bisschen mystisch klingt und ich schätze, wir sind im Civscope Gebäude in Saffronia City. Naja gut, mal gucken wir mal, wir haben, okay, mein Aquana namens Juno, ja, der gute Surfer, es kann benutzt werden. The Rock ist noch nicht entwickelt, klar, aber wir haben einen Neo King, nette Sache auf jeden Fall. Gut, ich gucke mal, was kann man denn so gebrauchen hier zum Level? Ich werde wahrscheinlich mal Butterfrau ein bisschen weiter nach vorne nehmen, weil ich möchte mal das Battle auch trainieren. Ist vielleicht, wie gesagt, nicht das krasseste Pokémon von denen hier, die wir im Team haben, bietet es sich auch noch für Psychokineser an und auch dann kann es auf jeden Fall einen netten Schaden austeilen, nehmen wir es mal so. Und, oh, dieser Piepton gerade nervt ganz schön. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Okay, die Tür geht nur mit dem Türöffner auf, wir haben den Türöffner also nicht, den haben wir besiegt, den Typen. Dann können wir wahrscheinlich jetzt den Teleporter benutzen. Mal gucken, Sifscope, äh, Co, oder so, wie auch immer. Stimmt, das Sifco, nicht das Sifscope, wenn ich das gesagt haben sollte. Und Stockwerk 1, es sind nur komplizierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Okay, äh, schon besiegt, okay. Und du? Okay. Ich glaube, hier ist schon jemand rumgeirrt. Äh, okay, okay. Deswegen ist es, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, Leute. Also ich kenne die Reihenfolge, in der man die Türöffner abgeben muss, überhaupt nicht. Das ist so diese Team Rocket Madness, die sich ergibt, weil das ist echt bitter, dieses... Ach, das ist Etage 7, ja? Äh, wir waren hier scheinbar schon überall zugange. Ich kann mich an diesen Teleporter irgendwie noch gut erinnern. Bringt der hier was? Ist der Aufzug wichtig? Das ist der Start, oder? I don't know. Wann, war ich nicht gerade hier? Boah, dieses Piepsen, das geht ja mega auf die Ohren. Mit Kopfhörern ist das gar nicht mehr so angenehm. Okay, Leute, äh, also ich bin verwirrt, aber gut, wir irren einfach mal hier rum. Ich denke mal, die Parts der anderen werden nicht anders heißen, so ein bisschen. Gerade sie... Ah, guck mal. Ein Eisen, das heißt wahrscheinlich, dass der Typ auch noch nicht besiegt. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Puckern schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Äh, ja gut. Achso, stimmt, das ist ja, ähm... Diese Forscher sind ja nur teilweise von Team Rocket, die anderen gehören ja noch zum SIFS-Co. SIFS-Co, ich sag mal irgendwie SIFS-Co, keine Ahnung. Ein Telefon, das ist besser, als nicht zu benutzen, okay. Nicht 1-1-0, alles klar. Wir machen das auf eigene Faust. Ich glaube, hier sind wir gut dran. Oder? Ob die SIFS-Co schon erledigt ist? Achso. Hm. Wir haben die Türöffner nicht. Das ist doof. Ich weiß nicht, wo wir den kriegen und... Also, den bin ich abgegangen. Den da unten links auch. Was ist denn hier hinten rechts? Keiner, hier ist nichts. Können wir in dem Bett schlafen, unsere Pogon eben zu heilen? Nein, können wir nicht. Okay. Minimale Verwirrung, weil ich ja selbst nicht weiß, wo wir genau lang müssen. Aber gehen wir mal einen Stock weg. 8. So, hier. Okay, okay. Schon ein bisschen Ansatzpunkt, dass wir hier noch nicht warten. Ich bin einer der vier berüchtigten Team Rocket-Brüder. Warte mal, geben die uns nicht ein Passwort oder sonstiges, diese vier Brüder? Ich weiß es nicht mehr genau. Keinerseits bin ich total irre, aber ich glaube, die Wand von Vorteilen. Und ich hoffe doch mal jetzt, äh... Okay, das Level ist eigentlich relativ even. Ich dachte, wir sind eigentlich irgendwie unterlevelt, aber es scheint zu passen. Und ich habe mal den Biss über den Ruckzuck, ich weiß nicht warum, gefällt mir einfach besser. Gut, dann sweep mir hier mal ein bisschen mit dem Surfer durch. Der macht ja schon ganz schön gut Schaden, wie wir sehen. Und der Biss wiederum eher weniger, weil Aquana hat viel KP und ist doch relativ tanky. Und ja, gerade speziell. Und ich glaube, Biss war hier noch speziell, warum auch immer. Deshalb, ne? Kann man nicht hinterfragen. Ich muss den Schluck auf unterdrücken. Okay, und noch ein Traumato. Das können wir auch ruhig besiegen. Da geht es sogar auf den Biss. Ich meine, der macht ja ein bisschen Schaden. Zwar ohne Stample ist sehr effektiv. Ich denke, ein Double mit Biss oder ein Biss und ein Surfer sollten reichen. Je nachdem. Oh ja, gut. Das ist eigentlich relativ gut. Und das schreckt zurück. Nice. Ich werde mal einfach... Nein. Ja, mein Aber. Ich wollte schon eins früh aufs Kampf sein und jetzt mal auf Ruckzug kipp gehen. Einfach um zu gucken, ob das reicht. Weil, ja genau, Psycho-Pokémon-Meister fühlt sich nicht viel aushalten. Ist natürlich, ich sag mal, ein Gerücht. Aber im Prinzip befürworte ich das ja schon. Beziehungsweise bewahrheitet sich das, ja. Wir haben es ja gesehen. Also selbst ein Ruckzug kipp vom Aquana reicht noch, um das Traumato zu finishen. Hypno wird wahrscheinlich schon Two-Hit mit einem Biss sein. Ah, vielleicht auch nicht ganz. Aber der Flinch, gut, der Flinch. Das ist schön. Ich werde einfach nochmal jetzt versuchen, den Server drauf zu haben. Mit Step geht der ja ein bisschen höher vom Schaden. Aber ich glaube, der wird auch nicht reichen. Doch, okay, reicht. Schön. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Das ist super. Dann können wir auch Juno ein bisschen trainieren. Und da fällt mir ein, ich muss doch Mira e Niki mal irgendwann schauen. Weil Juno Gazei ist ja der Name hier von Mira e Niki. Also aus dem Anime, die Protagonistin. Aber gut. Meine Brüner rächen mich. Okay, ist nichts mit Passwort oder so. Okay, das geht nicht auf. Das ist klar. Okay, hier unten ist noch was zu holen. Und, wirst du? Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Gut, also dieser Mann ist nicht so ganz gut gesinnt. Der scheint zu Team Rocket zu gehören. Ein böser Forscher. Oder er denkt, wir sind von Team Rocket. Wer weiß. Forscher Fabian kommt mit Voltoball. Ist gar nicht so cool mit Aquana. Aber ich werde einfach mal drinbleiben. Weil ein Donnerblitz oder Donnershock. Sonstiges Schockwelle. Funkensprung kommt wahrscheinlich in Frage. Wird ich auf jeden Fall überstehen. Ultraschall ist sowieso eine schwache Leistung. Dass es das einsetzt. Statt eine sehr effektive Elektroattacke. Aber da kann ich wenigstens jetzt mit dem Surfer so viel Damage machen. Um eher zu One-Hit-Node aber Druck zu geben. So finde ich eh so oder so, wäre gedacht. Aber guck doch mal. Jetzt kann man Aquana am nächsten schön trainieren mit dem Surfer. Das geht richtig schön flockig von der Hand. Magneton. Ja, da beziehe ich mich dann doch lieber auf ein anderes Pokémon. Und kannst du eine Bodenattacke, mein Freund? Schaufler. Okay, und durch... Oh, 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 oh. Schöne Sache auf jeden Fall. Achso, beim Wechseln kann man nicht sortieren. Dann hole ich jetzt Don rein. Unser Nido-King. Wahrscheinlich von... Na, lass mal überlegen. Wo könnte der Name herkommen? Don. Mir fällt jetzt gerade leider nichts ein, was... Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal auf die vierfache Effektivität gehen. Einfach den Schauflerbenutzer auf eine Runde dafür benutzen müssen. Aber ich weiß. Durchbruch macht halt auch durch den Stahltyp relativ Schaden. Wobei, ist es hier schon Stahl? Das ist ja ein Remake der ersten Generation. Hier gibt es jetzt noch keinen Stahl. Die Frage ist, das spielt ja nach der zweiten Generation. Also, wurde es schon geändert oder nicht? Ich denke schon fast schon. Ich weiß es natürlich nicht. Weil es gibt ja noch keine Stahlattacken. Es ist, wie gesagt, geremaked. Gute Frage. Smogon ist auf jeden Fall da. Ich weiß, dass das Schwebe hat. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es könnte gut sein, wenn man es sich so angucken würde. Ich gehe mal auf den Schaufler, um zu gucken. Vielleicht misplay ich hier auch gerade hart. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich muss mir ganz kurz das Gesicht abwischen. Es ist schon ein bisschen warm. Da ist die Schwebe. Okay, alles klar. Nee, weil es ist schon wieder minimal wärmer. Beziehungsweise geht es mir persönlich ziemlich warm. Ich weiß nicht. So warm ist es gar nicht draußen. Aber ich komme schon minimal ins Schwitzen wieder. Von was auch immer. Vom Rumsitzen auf meinem Stuhl wahrscheinlich. Ja gut, die Stärke macht trotzdem. Tu es draußen. Das schlammert. Das ist nicht so effektiv. Das ist sogar vierfach. Und vergiftet uns hoffentlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Schön. Warte, konnten hier Giftpokémon vergiftet werden? Oder war das schon hier nicht der Fall? Dann würde das natürlich Sinn geben, dass es nicht vergiftet wird. Sonst werde ich immer schon ziemlich leicht vergiftet. Also, nee. Du hast mich besiegt. Ja, schön. Und wir haben... Oh, schöne Pokedoller-Summe auf jeden Fall. Und hier ist ein Teleporter, den wir gerne mal benutzen würden. Okay. Ich hoffe, ein Kind läuft im Gebäude herum. Wir sind im vierten Stockwerk. Und wir haben hier die Wahl, nach oben und links. Beziehungsweise rechts zu gehen. Nicht links. Links ist ja die verschlossene Tür. Und ein Rupel mit einem Arrbock. Arrbock. Rückwärts Cobra. Das wissen wir mittlerweile alle. Genau wie Retter mit Natter rückwärts. Da kommt der Bedroher, der senkt unseren Angriffswert. Sprich, die Ruckzuckiebe können nicht mehr sweepen. Oh, nein. Soll ich jetzt nicht flinch? Ja, gut. Egal. Ich werde weiter auf dem Surfer bleiben. Da kommt der Kreidescher. Jetzt möchte es uns noch die Verteidigung ein bisschen sehr stark schwächen. Ein bisschen sehr stark. Ich weiß. Aber ich denke mal, das schaffen wir mit Aquana trotzdem. Weil es ist halt immer noch ein Arrbock. Und speziell, na, nicht so ganz aushalten. Wobei, man müsste sich eigentlich mal einen Competitive Arrbock züchten. Hat man das schon mal gesehen? Ich habe noch nie einen Arrbock irgendwie bei jemandem Playfutium oder sonstiges gesehen. Das ist bestimmt mega cool, mal so einen Arrbock zu haben. Weil das ist einfach so ein ausgestoppenes Pokémon irgendwie. Ich habe noch nie einen Competitive Arrbock gesehen. Schluss aus. Ich weiß. Vielleicht bietet es sich nicht an. Aber es wäre bestimmt mega cool, mal einen Arrbock zu haben oder zu sehen. So, hier ist noch ein Teleporter. Der Typ kämpft wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wir entwickeln in diesem Labor neue Pokébälle. Okay, kommen hier also der Simperball und etc. Alles ja, was es noch in der anderen Generation gibt, oder was? Nein, ich weiß. Die werden nur aus Aprikoko gefertigt. Und ja, soviel denn dazu. Das macht der gute Kurt in Ioto. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern darum, dass ich jetzt lieber auf Don wechsle. Denn, ja, ja gut. Aquana ist halb besiegt. Und Magneton hat noch Elektro-Attacken. Genau. Und hier haben wir erstmal schön predicted. War wohl relativ obvious, muss man sagen. Also, dass der Gegner damit nicht gerechnet hat. Das war ja... Tja. Wieso nicht ein Superschall oder ein Ultraschall? Irgendwie, um auf jeden Fall sichert damit zu drücken. Da ist auch jetzt ein Ultraschall. Weil es gemerkt hat, oh, Elektro ist nicht so ganz gut. Aber ich sage immer nur Tschüss. Verlasst das Feld. Komm nie wieder. Tschüss. Habe ich schon gesagt Tschüss? Ja gut, habe ich. Weiß ich. Gut. Schön. Und Don erreicht gleich noch Level 4. Wir bleiben drin, weil wir haben gesehen, mit einer Stärke und, ja, doch noch einer Stärke, logischerweise, können wir ganz viel Schaden drücken. Und warum sollten wir das nicht machen? Ich meine, wir können jetzt auch Stärke und Horn-Attacke machen. Ist ja relativ Jacke wie Hose. Ich weiß gar nicht. Ist die Horn-Attacke stark oder eher von der Base sehr gering, sage ich mal. 15 HP sollte noch mittelstark sein, ne? Ja, okay. Passt. Ich hatte die Base und Horn-Attacke nicht drin. Also, ist wirklich so eine Attacke, die mir oft vor Augen kommt. Weil, so Nidoking, Nidoking habe ich damals ganz gerne gespielt, aber, also im Playthrough, aber mittlerweile gar nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, wie es mit Horn-Attacke steht. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, welche Pokémon eigentlich diese Attacke wirklich lernen können. Und, naja, gut. Wie dem auch sei. Los, Butterfrei. Lol. Ich habe Sai auf Freigel rein. Das war ja schon fast gut. Und das ist ein Smok-Mok. Oh, ja gut. Wir haben die Konfusion. Das macht auf jeden Fall schönen Schaden, weil es sehr effektiv ist. Egal, ob es nicht der stärkste Schaden ist, aber es ist sehr effektiv. Und wird ein Two-Hit. Wenn wir jetzt die Psychokinese hätten, wäre es auf jeden Fall drei Viertel besiegt. Weil, Psychokinese ist ja mal doppelt so stark wie die Konfusion. Sogar minimal noch stärker. Aber gut. Wenigstens kriegen wir keinen Schaden durch, weil wir auf jeden Fall die Konfusion auf unserer Seite haben. Beziehungsweise eben den Konfus-Heiz-Status, wie ich gerne sage. Weil, es ist ja verwirrt. Und das ist ja dann konfus. Konfus-Heiz wäre ja dann quasi, wenn das ein Wort ist, was man sagen kann, dann die Verwirrung, die auftritt. Und Magne-Tillo nehme ich dann jetzt einfach mal mit einem Durchbruch, weil ich glaube, das sollte auch so besiegt sein, auch wenn es jetzt nicht den Stahl-Typ hat. Und ich meine, es ist Magne-Tillo und ich mag eine Tonne. Deshalb, das hält dann gar nichts aus. Mal gucken. Ist es hier schon Stahl? Oder ist es das nicht? Doch, es ist schon Stahl. Gibt auch nur Sinn, weil es ist zwar ein Remake der ersten Generation, aber die Changes der zweiten Generation sollten in einem Remake, was auf die erste Generation basiert, aber die dritte Generation widerspiegelt schon eigentlich vorhanden sein, sagen wir mal so. Finito, aus und vorbei. Und schon wieder zu viel Money, Alter. Wir sind die Rübel nicht so reich. So, was können wir denn noch machen? Mir hat zu viel zu tun. Kämpfst du? Ach man, ihr kämpft alle. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Äh, ja gut. Ich will euch helfen, beziehungsweise sie wahrscheinlich nicht, weil du schon mal ein Jongleur von Team Rocket bist mit dem Namen Bob. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr toller Name, by the way. Ich bin echt stolz, dass deine Eltern dich Bob genannt haben. Wie den Baumeister, weißt du? Und da kann der Psystra, selbst wenn wir den auf dem Smet-Boer hätten, wird das schon mehr Schaden machen. Auf dem Kadabra. Aber eigentlich auch, Gott sei Dank haben wir, wie gesagt, ein Aquaner, was sehr, sehr viel aushält. Und jetzt können wir den Ruckzuck einfach schön outspeeden. Tja, nix da, Kadabra. Mal schauen, was jetzt reinsteckt. Noch ein Kadabra wäre natürlich ganz nett. Dann könnten wir auch noch Level 3... Okay, Pantimos. Ich glaube, das reicht sogar noch mehr für Level 33, weil Pantimos mehr Erfahrungspunkte geben sollte, weil es eben ein vollentwickeltes Pokémon ist, beziehungsweise hier in der Generation noch ein alleinstehendes Pokémon ohne. Okay, wir müssen den Ruckzuckieb weiter benutzen. Finde ich gar nicht mal so cool. Naja, das war eine gute Zugabe, wenn man so möchte. Ne, auf jeden Fall. Dann ist bei mir eben der Ruckzuckieb weiter, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, Pantimos hat ja noch hier gar keine Entwicklungsstufen. Pantimimi kam in der vierten Generation dazu und, ouch, der Crit, schade. Schokolade. Und dann eben Pantimos des Change auch nochmal in der sechsten Generation, dass es den Feentypen bekommen hat. Aber das ist ja keine neue Entwicklung oder sonstiges. Es hat einfach nur die Pantimimi-Vorentwicklung bekommen und steht damit nicht so alleine. Da sagen wir es mal so. Und ich gehe mal auf den Funkensprung. Einfach nur, weil ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob der jetzt physisch ist oder nicht. Aber physisch würde halt mehr Sinn machen. Da kommt der Reflektor gegen physische Attacken. Dann nehmen wir jetzt eben einfach so richtig Trollolol den Ultraschall, weil der macht 100% die 20 Schaden und damit ist Pantimos besiegt. Schön. Pantimos die hübscheste Fee im ganzen Spiel. In der sechsten Generation natürlich. Weil hier ist es noch keine Fee. Und der Walzer. Na ja, also Ultraschall brauchen wir glaube ich nicht so dringend. Ich nehme mal den Ultraschall raus, auf das ich gehatet werde. Weil Moritz ja schon sowieso ab und zu mal ausrastet, wenn ich Fehler mache. Ich meine, seine Reaktion mit... Ich wollte jetzt mal zitieren, aber ich kann es gerade aus dem Kopf nicht. Als ich Wulpix weiterentwickelt habe, war es schon nicht so schön. Es tut mir doch mal leid. Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, okay, aber du hast grüne Haare und dein Zweit hat gelbe Haare und blonde Haare. Ein Ticket über Pokémon. Porygon, Pokémon Labor erzeugt virtuelles Pokémon. Okay, was haben wir denn noch so? Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 350 Pokémon-Kampftechniken. Okay. Ein Pokémon-Bericht. Einige Pokémon entwickeln sich erst beim Tausch. Ja, da haben wir zum Beispiel auch eins im Team. Und dann werden wir noch nicht besiegen. Hoffentlich können wir dann auch mal weiterlaufen. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Okay, das werde ich tun, nachdem ich mein WhatsApp gelesen habe. Einfach nur, weil ich so stumm bin. Und jetzt nebenbei WhatsApp anmache. Beziehungsweise nachschaue, was ich in der Nachricht bekomme, während du Hypno einsetzt. Mal schauen. Okay, soviel dann dazu. Ich hab's gelesen. Sehr unverschämt, dass ich sowas um meinen Handy weiter vibriere. Aber das muss ich jetzt erstmal ignorieren. Und werde wahrscheinlich jetzt nochmal Don einwechseln. Was ist das? Ein Hypno, okay? Vielleicht gar nicht die beste, weil wenn jetzt ein Psycho-Altag kommt, kommt das Schaden. Ja, da kommt Schaden auf jeden Fall. Das Ding ist aber, ich glaube, ich gehört das überstehen. Und kann dann auf einen Schaufler gehen. Und der sollte auf jeden Fall gut Schaden hinterlassen. Einfach nur, weil wir den Step drauf haben. Und es ist halt ein starkes physisches Pokémon. Nidoking ist da nicht zu unterschätzen. Man kann es auch ein spezielles mit Schlammwoge und Erdkräfte spielen. Aber im Prinzip würde ich schon auf das physische Nidoking und Competitive zurückgreifen. Aber das ist gar nicht mal so stark, wie ich dachte. Hm. Wir können aber noch eine Konfession wegstecken. Das wird jetzt nochmal auf die Stärke gehen. Und das sollte dann auch danach reichen. Das ist nach einer nächsten Stärke, meine ich. Und ja, da kommt die Kopfnuss. Klar, der Angriff wurde erhöht. Aber das sollte trotzdem nicht so gefährlich sein. Das hat... Komm, geh auf die Bretter. No, go to sleep. Weil deine Quick-Paste, das gebe ich mir nicht. So. Und da war ja nochmal beim Thema Poker-Paste. Ich müsste ja schon da nichts mal anfangen. Weil, ja gut, es hat sich eigentlich nur eine Person. Und zwar eben Chibi. Das ist jetzt echt komisch, wenn du das siehst. Was mach ich da eigentlich? Auf YouTube heißt du Ari. Und bei LOL anders. Ich kann auch bei Victoria sagen, was ist ein Geheimnis? Dann piepe ich das raus. Ohne es zu wissen, ob das ein Geheimnis ist. Da werde ich nichts rauspiepen. Ich habe eine Resonanz bekommen. Aber ich weiß ja sowieso, dass das ganz gern geguckt wurde. Ich hatte das ja schon mal gemacht. Und ich meine, diese, ich sag mal, schlecht vertonte Pokémon-Todesengel-Creepypasta mit Pikachu kam mir sau gut an, obwohl die sau schlecht gelesen war. Sprich, wenn ich die nochmal neu mache, wäre die vielleicht lohnenswert, sich anzuhören. Wer weiß, wer weiß. Ich muss noch gucken, dass ich da ein bisschen Arbeit reinstecke. Und dass ich das auch diesmal besser mache als damals. Ich finde, ich hätte ja damals schon abgefahren. Krasse Resonanzen auf die Poker-Paste, auch wenn es nur eine war. Und ich hier nicht durchkomme. Oder war es eine? Ich glaube, es war eine. Auf dem Kanal war es nur eine, genau. Mein Kind im Gebäude, das musst du sein. Gut, auf jeden Fall kam die ja mega krass gut an. Ja, der auch 5.000, 6.000 Aufrufe, 78 Likes oder so ein paar Dislikes, klar. War ja auch nicht so schön gemacht. Und ich habe auch versehen nicht einen Satz rausgeschnitten. Also, ihr müsst wissen, wenn ich mich verlese, fange ich mal einen Satz immer wieder neu an. Weil ich bin halt leider manchmal durch mein schnelles Lesen nicht so in der Lage dazu, fehlerfrei zu lesen. Das merkt bei mir natürlich sehr oft an, also in einigen diversen Let's Plays hier. Aber an sich, bei der, naja, bei den Creepypasta versuche ich wirklich fehlerfrei zu lesen. Und auch ein bisschen langsamer. Das macht es schon mal ein bisschen leichter. Und ja, da habe ich dann halt immer wieder, wenn ich einen Fehler gemacht habe, beim Satzanfangen angefangen, habe dann irgendwie diesen einen Satz rausgeschnitten. Von wegen, er rannte zum Fenster und schwor sich nie wieder Pokémon zu spielen. Also so kam dieser Satz daher. Aber davor kam halt noch ein Moment, irgendwas zum Thema Krankenhaus in der Lage, in der der Junge sich befand. Und ihr kennt die Poképasta, weil es scheinlich jetzt gar nicht oder die Creepypasta ist ja im Prinzip auch eine Poképasta. Aber Pokémon, Creepypasta oder vielleicht Poképasta, wie auch immer, werde ich mich halt darauf spezialieren. Also wirklich Poképastas, nicht Creepypastas, sondern wahrscheinlich Poképastas. Einfach nur, ich weiß unter anderem, dass es schon gut ankam. Das sollte natürlich jetzt nicht heißen, dass ich nur nach der Aufmerksamkeit und nach guter Resonanz strebe. Sondern auch allgemein, weil ich die ein bisschen interessanter für mich selbst finde. Ich meine, es gibt genug Creepypastas und es gibt halt auch genug Leute, die solche vertonen und... Oh Leute, willst du mich eigentlich trollen, du kleines Dandama, du? Naja, finde ich nicht so nett, auf jeden Fall. Ja, aber es gibt so viele Leute, die schon doppelt und dreifach dieselben Creepypastas vorlesen. Ich finde, Poképasta sind da, klar, auch stark vertreten. Also wirklich diese ganz Bekannten... Okay, ich werde jetzt rauswechseln, das wird mir zu nervig. Also die ganz Bekannten sind vertreten, aber ich werde mir halt auch gute... Sagen wir mal unbekannt daraus so. Vielleicht kennen die noch einige Leute von euch, aber ich sage es mal so. Ich kenne halt wirklich auch viele nicht... Ich kenne mich jetzt nicht so ganz krass mit Creepypastas aus. Aber ich kann schon einschätzen, wow, was habe ich da gerade getan. Das Switch Out war irgendwie... Ach man, was wird das denn jetzt? Ach, das war der dümmste Switch... Komm, tschüss, Alter. Dümmste Switch überhaupt, ey. Ja, auf jeden Fall, es gibt da ja schon viele, die gut geschrieben sind, aber nicht so bekannt sind. Und ja, deshalb, ich werde einfach mal gucken, was da so von schon bekannt ist, was nicht. Und was ich einfach mal ein bisschen lesen möchte, was ich schön finde oder vielleicht auch gruselig oder... Einfach gut geschrieben, ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Und der Typ sagt, dass er verloren hat und dass er das toll findet. Also, schön, Team Rocket freut sich über Niederlagen. Möchtest du mir jetzt ein... Okay, ich will da rein. Wo ist dieser Türöffner? Wo ist der Türöffner? Oh, Gift, Alter. Ich bin den ganzen Part hier drin. Und hab keine Ahnung, wo es lang geht oder was zu tun ist. Ah, Hyperheilaha, Halleluja. So, okay. Erhol dich, mein kleines. Haben wir noch Beleber? Ja, haben wir auch. Schön, dann beleben wir mal Juno und den Pedoball, den ich gerade mega unnötig geopfert habe. Durch ein dummes Witch, aber es ist dann damals, ging mir jetzt einfach auf die... Ihr wisst schon. Es ging mir einfach mega auf die Nerven. Nerven. Und da dachte ich mir jetzt einfach so, nö, geh einfach, go to sleep. So wie das Typ noch vorhin. Dann werden wir noch ein bisschen mit dem Supertränken auffallen, damit wenigstens die nächste Person, die hier rumirren darf, relativ fitte Pokémon hat. Natürlich nicht ganz fitte Pokémon, aber relativ. Und da hupt gerade ein Auto draußen. Fand ich sehr erotisch auf jeden Fall. Was für ein Schwachsinnig, wenn wir da reden, das ist unnormal. Ich bin aber eben nur, ja, das reicht. Nidoking ist zwar damit ein bisschen angeschlagen näher, aber... Ich glaube, wenn Moritz sowieso, der ja spielen kann, das clever macht, kommt er damit auf jeden Fall durch. Ich bin halt mega verwirrt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss, welche Teleporter noch offen sind und Sonstiges. Aber wir haben ja noch eine Minute, knapp eine Minute Zeit, um ein paar auszuprobieren. Zum Beispiel den hier. Okay. Ich denke nicht, wo wohl dann noch ein Item liegt, aber da ist schon wieder so eine Tür. Dann gehen wir mal hier runter und möchten da rechts dann gehen. Klar, ich muss jetzt nochmal in diesen Teleporter rein. Aber dann gehe ich jetzt direkt rechts, dann kann ich da ja auch durch. Da ist ein Item auf jeden Fall. Der Türöffner. Jawoll. Super. Da war der Türöffner also. Gut, Freunde. Damit ist er jetzt natürlich ganz viele Möglichkeiten ergeben, sagen wir mal. Und ich glaube... Oh, das piepst leider. Ich glaube, Moritz hat jetzt sogar die perfekte Wahl und kann dann auch das Labras bekommen. Weil man kriegt hier drin ein Labras geschenkt und das wurde sich gewünscht, nach einem Zuschauer zu benennen. Beziehungsweise nach einer Zuschauerin von Moritz. Und ja. Beziehungsweise war das von Shari gewünscht. Also nochmal, um es zu erwähnen. Und eine Powerpunch gefunden. Das habe ich gerade Brain AFK gar nicht mitbekommen. Aber super, wir können jetzt die ganzen Türen öffnen. Und damit haben wir auf jeden Fall Zugang zu einigen Wegen. Und da müssen wir auch schon hin. Supi. Leute, wir haben es soweit geschafft, wo wir hinwollten quasi. Ich werde noch ganz kurz das Item hier mitnehmen. Ich werde jetzt nicht überall reingehen, sondern einfach nur hier, wo wir hin müssen. Damit auch der Anhaltspunkt klar ist, wo Moritz was zu tun hat. Beziehungsweise werde ich noch den Dialog triggern. Okay. Dann bleiben wir dabei bestehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Blattgrün. Schaut bei der anderen vorbei. Die sind wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Letzter Part bei Simon. Nächster Part bei Moritz. Bis zu meinem nächsten Part dann aber. Aloha und ciao. Bis zum nächsten Mal.